Hallo zusammen, heute ist der 20.03. Zeit für ein neues Update. Auch wenn es diesmal eigentlich nur darum geht, dass ich wieder gesund bin und trotzdem erst übermorgen anfangen kann mit neu aufnehmen. Denn dadurch, dass ich am Wochenende krank war, wo ich normalerweise arbeiten muss, muss ich jetzt in der Woche einspringen. Das heißt, die neuen Folgen werden wahrscheinlich erst Donnerstag rauskommen. Also ich muss Mittwochnacht arbeiten, das heißt Donnerstags kann ich dann, wenn ich morgens oder mittags Zeit finde, wenn die kleine pennt, neue Folgen aufnehmen und danach dann hochladen. Und danach versuche ich das dann wieder in dem alten Tempo beizubehalten. Auch wenn ich natürlich erstmal den ganzen Stoff vorbereiten muss. Normalerweise habe ich hier ein bisschen was auf Vorrat, das habe ich jetzt halt nicht mehr. Na gut, das war es dann eigentlich auch schon. In ein paar Tagen gibt es halt neue Folgen und wir hören uns. Bye, bye.